Im Morgengrauen auf der Autobahn zwischen Hamburg und Belgien, die HSV-Fans kommen. Es ist Mittwoch, der HSV spielt heute Abend im Brügge, UEFA Cup. Start morgens um 6.30 Uhr in Hamburg. Rückkehr am nächsten Tag morgens um 8. Hin und zurück 20 Stunden Fahrt für ein Spiel von 90 Minuten. Kosten 80 Mark. Mehr als 2000 Fans begleiten den HSV. Von Brügge, einer der schönsten Städte Europas, werden sie nicht einmal die Zinnen sehen. Das Stadion liegt außerhalb der Stadt. Für ihren HSV opfern die Fans sogar Urlaubstage. Ich habe einen Tag Urlaub genommen. Mit dem Brug zu hingehen konnte ich das zwar nicht, aber mein Kollege hat das für den Urlaub abgebrochen. Einen Tag für mich gearbeitet. Wir sind gefragt, kann ich da hinfahren. Hast du den Urlaub genommen für die Fahrt? Ja, zwei Tage. Wenn du jetzt das Ganze mal zusammenrechnest, wie viele Tage Urlaub kommen da so im Jahr zusammen? Wenn sie so in der Woche spielen, vielleicht. Ein, zwei Wochen. Zum Pokal-Spiel von Hamburg. Ein Turnarankunft, 13.05 Uhr. Be Vorsicht. Frankfurt Main, Hauptbahnhof an einem Samstag im Sommer. 35 Grad im Schatten. Die HSV-Fans kommen. Ihr Klub spielt heute gegen den 1. FC Kaiserslautern um den DFB-Pokal. Endspiel. Höhepunkt im Leben eines Fans. Selbstverständlich auch Walter, der Präsident, ist dabei. Frankfurter Waldstadion, 17.41 Uhr. Der HSV ist Pokalsieger. Für die Fans ein historischer Augenblick. Auf der Rückfahrt im Sonderzug nach Hamburg, eine Glückseligkeit, die beklommen war. So ein Tag, auf den ich mich so freute. So ein Tag, der dürfte nie mehr gehen. Darf ich nochmal ganz kurz dazwischen fragen, wie fühlt man sich denn als HSV-Fan heute nach diesem großen Sieg? Glücklich. Einfach glücklich. Sie waren wunderbar, die Jungs. Wir können nur sagen, was man uns jahrelang vorenthalten hat, das haben wir heute errungen. Und die haben es wirklich verdient, die Jungs. HSV! 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 Wie fühlst du dich heute am HSV-Fan? Ich fühle mich so erleichtert, so erleichtert, dass sich Kaiserslautern verloren haben. Und ich bin froh darüber, dass der HSV gewonnen hat. Das ist einer der schönsten Tage in deinem Leben. Genau so kann man das bezeichnen, ja? So soll es sein. Und die Brennung stimmt, ja? Wir haben 13 Jahre geweihtet. 13 Jahre! 13 Jahre! Die Stunden, die Tage, die Sekunden, die Biere. Huss! HSV! 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 Was hast du denn beim Schlusspfiff empfunden? Wir liefen die Tränen. Wir werden die Tränen gebrochen, ja. HSV! HSV!